Hallo, ich bin's wieder, euer Dario. Herzlich willkommen zum Auto-Weiß-Pokal. Gleich starten wir mit dem ersten Halbfinalspiel Marpingen gegen Wittling. Viel Spaß! Weiter geht's nun mit Saarlöhe gegen Zweibrücken. Jetzt das erste Spiel der Männer, Merti gegen St. Imbert. Dario, gutes Spiel. Was habt ihr im Finale vor? Möglichst lang gegen Iltham mitzweiten, weil die sind schon ein dick besser als hier. Wir haben dann auch in der nächsten Halbfinale fahren. Im Übertetend ein weiteres Mal. No, das ist nicht mehr so ein Handy. Wir haben dann also auf der Karte, wird das Ganze gegründet. Und zwar auf den Karte, aber in der Karte. Die ermhärte wir leider nicht mehr. Wir machen nur noch ein paar Karte zu sehen. Die Dario steht jetzt auch noch ein direkter�art. Kommission, wir schauen auf einmal! Jetzt ist alles vorbereitet zum großen Finale der Damen. Viel Spaß beim Spiel vor Mappingen gegen Zweibrücken. Und schon läuft das letzte Spiel heute Abend, nämlich das Finale der Herren. Bis zum nächsten Mal. So, das war's jetzt mit dem L2OS-Bekar. Wir sehen uns wieder. Euer Lachlan.